So, hier haben wir das Rio Plaza Miami Beach. Hier ist ein Fahrservice. Wenn man hier ein Auto parkt, kostet es im Moment 29 Dollar. Das ist schon ein bisschen heavy, aber man kann es hier vor die Tür hinfahren und die jungen Herren bringen es und fahren es auch wieder in die Garage rein. Kann man rein, raus, rein, raus, wie man mag, hat man alles mit dabei und die bringen einem dann das Auto immer schön hierher. Ja, wir haben unser Auto jetzt auch da abgegeben. 30 Dollar ist schon eine Menge Geld, aber damit müssen wir leben. Und die Jungen machen das alle, ja.